WC 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 Wenn du nur ein Gärtchen hast, für Spinat und Kopfsalat, dann sind wir nie wieder weg. Das Huhn heißt Tante Frieda, den gab man einst den zweiten Schönheitspreis. Von wegen eines Riesenhühnereis, das wog ein Viertelpund. Die Gans heißt Tante Ida, die hat Migräne und verdaut nicht gut. Der Tierarzt meint, das liegt bei ihr im Blut. Doch sonst ist sie gesund. Wir zahlen keine Mieten mehr, wir sind im grünen Zuhause. Wenn unser Nest noch kleiner, der uns macht, das wirklich nichts aus. Ein Meter fünfzig im Quadrat, wir haben ja wenig Gebäck. Und wenn's hinten nur ein Gärtchen hat, für Spinat und Kopfsalat, dann sind wir nie wieder weg. Und wenn's hinten nur ein Gärtchen hat, für Spinat und Kopfsalat, dann sind wir nie wieder weg. Am Sonntag hat man Gäste, da spielt man einen flotten Dauerskat. Die Damen baden im Familienbad, doch das kommt selten vor.